Schalom und Gottes Segen zusammen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute um die ältesten Bibeltexte der Welt gehen soll, die deutlich machen, dass die Bibel heute unverfälscht vor unseren Augen liegt, auch wenn es natürlich gute und schlechtere und bessere und weniger gute Übersetzungen der Heiligen Schrift gibt. Und um das deutlich zu machen, wollen wir uns mal mit einem sehr interessanten Buch beschäftigen, das ich jedem nur ans Herz legen würde, nämlich das Berg von Werner Keller und die Bibel hat doch recht, aus dem Jahr 1955, also schon ein älteres Buch, das in jener Zeit geschrieben wurde, als es noch kein Internet gab und als die Menschen noch nicht so von den Medien von heute beeinflusst wurden. Und da wollen wir uns die allerletzte Seite dieses Buches anschauen, Seite 429, glaube ich, ist es. Bevor wir das tun, sehen wir auf diesem Bild, auf Seite 428, die ältesten bisher entdeckten Bibeltexthandschriften. Und da sehen wir die Tabelle, wie alt sie sind und in welcher Sprache sie auftauchen, auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Und da sehen wir unten, die älteste hebräische Bibelübersetzung ist die Isaiah-Rolle, die gefunden wurde am Toten Meer. Darauf gehen wir gleich noch ein. Die älteste griechische Übersetzung ist die Septuaginta, die in Alexandria übersetzt wurde. Und die älteste lateinische Übersetzung ist die altlateinische Übersetzung Vetus Latina. Und wen es interessiert, wer sich damit mehr beschäftigen möchte, der kann sich gerne einen Snapshot machen oder wie auch immer und sich das Bild mal kopieren, weil es hier eigentlich sehr gut aufgeführt wurde von Werner Keller. Und da wollen wir auch mal jetzt auf die Seite 429 reinschauen. Die letzte Seite des Buches und die Bibel hat doch recht. Ich zitiere. Es ist das Original einer Prophetenrolle, wie sie Jesus in den Händen hielt, als er Nazareth am Sabbat vorlas, in Lukas 4, Vers 16 nachzulesen. Das werden wir auch gleich nachlesen. Das über 2000 Jahre alte Jesaja-Buch ist ein einzigartiger Beweis für die unverfälschte Überlieferung der Heiligen Schrift, denn sein Text stimmt mit der Fassung in den heute vorliegenden Bibeln genau überein. Wenn also Muslime und vor allem Muslime sagen das ja immer, dass die Bibel verfälscht wurde und so weiter und sie belügen sich nicht nur selbst, sondern auch andere, denn die Beweise wurden längst widerlegt oder sind längst ans Tageslicht gekommen, dass die Bibel eben nicht verfälscht wurde. Deswegen, wenn Muslime euch das irgendwie weismachen wollen, braucht ihr gar nicht näher hinzuhören, denn leider wissen sie es nicht besser oder wollen es nicht glauben, weil sie eben dem Koran glauben. Aber wir haben gelesen, die Jesaja-Rolle hielt ja auch Jesus in den Händen in Lukas 4 nachzulesen. Und da schauen wir einmal rein in Lukas 4, Vers 16 bis 20, da heißt es, Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat-Tag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Es war also seine Gewohnheit, am Sabbat-Tag in die Synagoge zu gehen, in die Gemeinde, nicht am Sonntag. Und wenn Jesus unser Vorbild ist, sollten wir natürlich auch unsere Gemeinde am Sabbat-Tag besuchen, an Gottes heiligem Festtag, dem vierten Gebot. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Und er reute Jesus die Buchrolle von Jesaja zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und wir haben ja vorhin gelesen auf Seite 429, dass diese Jesaja-Rolle in der Tat eine Rolle gewesen sein könnte, die auch in den Qumran-Höhlen gefunden werden konnte. Das heißt, es könnte sein, dass diese Jesaja-Rolle, die am Totenmeer gefunden wurde, die Jesaja-Rolle war, die Jesus in den Händen hielt, denn diese Jesaja-Rolle, die gefunden wurde, stammt ja aus dem Jahr 100 vor Christus. Das heißt, diese Jesaja-Rolle, Fragmente befinden sich in Israel im Museum, könnten also sich befunden haben in den Händen von Jesus Christus. Das macht diese Jesaja-Rolle umso wertvoller. Aber wir schauen weiter im Buch von Werner Keller. Und die Bibel hat doch recht, wie es weitergeht auf Seite 429. Die ältesten und vollständigsten Überlieferungen des Alten und Neuen Testaments waren bis vor kurzem die berühmten Codex Vaticanus und Codex Sinaticus aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, denen sich 1931 die Cesta Berti Papyri aus dem 2. und 3. Jahrhundert hinzugeselten. Daneben gibt es noch einige Fragmente vom Alten Testament aus vorchristlicher Zeit, nämlich die Fuat- und Naschfragmente. Aber all diese Dokumente sind in griechischer Sprache, also soweit sie das Alte Testament betreffen, Übersetzungen. Die älteste umfassende Überlieferung in hebräischem Urtext war der 916. nach Christus niedergeschriebene Text und Codex Petropolitanus. Wir sehen also, es gibt auf jeden Fall ältere Texte, die auf jeden Fall auch gefunden wurden, Fragmente, es gibt über 10.000 Fragmente aus dem Neuen Testament, die belegen, dass wir sowohl dem Alten als auch dem Neuen Testament Vertrauen schenken können. Dann die letzten Sätze des Buches von Werner Keller und die Bibel hat doch recht, da heißt es Durch die Jesaja-Lederrolle vom Totenmeer ist die hebräische Bibelüberlieferung um fast genau ein Jahrtausend zurückgedrückt oder zurückgerückt. Vom Neuen Testament wurde um 1935 ein Fragment des Johannes-Evangeliums in Griechisch aus der Zeit Kaiser Trajans um 98 bis 117 heute in der Rühlans-Bibliothek entdeckt. Diese alten Manuskripte sind die überzeugendste Antwort auf alle Zweifel und der Echtheit und Unverfälschtheit der biblischen Textüberlieferung. Deswegen, wie gesagt, wenn irgendjemand, egal ob Muslime, Atheisten, Agnostiker, Esoteriker, zu euch kommen und sagen, wie kannst du die Bibel lesen, das Alte oder Neue Testament ist eh alles verfälscht, ihr müsst es besser wissen, denn Gott weiß es besser und das hat auch die Heilige Schrift bestätigt. Deswegen schauen wir nochmal ins Neue Testament, wo im 2. Timotheusbrief Kapitel 3 Vers 16 und im 2. Petrusbrief Kapitel 1 Vers 20 geschrieben steht, Und genau das macht die Bibel zum Wort Gottes. Natürlich hat nicht Gott ein Buch in die Hand genommen und hat mit Hand jetzt irgendwie da Texte geschrieben. Natürlich die 10 Gebote zum Beispiel hat Gott mit seinen eigenen Händen in die Tafeln eingeschrieben sozusagen. Aber die Bücher sind trotzdem das Wort Gottes, weil die Menschen vom Heiligen Geist Gottes inspiriert wurden. So wie ja bestimmte Menschen, Okkultisten von Dämonen besessen sind und das niederschreiben, was sie von den Dämonen eingegeben bekommen haben, so gibt es eben auch auf der Seite des Lichts, auf der Seite Gottes Menschen, die inspiriert worden waren vom Heiligen Geist durch den Geist Gottes. Und auch Jesus sagt in Markus Kapitel 13 Vers 31 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Denn, das ist auf jeden Fall durch dieses Video, denke ich, deutlich geworden, sind auch die Worte des Neuen Testaments, die Worte der Bibel, und Jesus hat ja auch im Alten Testament geschrieben, in seiner präexistenten Form nach wie vor für uns zu finden und werden nicht vergehen, denn auch Himmel und Erde werden vergehen, nicht aber die Worte Gottes. Das war also das Video, die ältesten Bibeltexte der Welt, das unverfälschte Wort Gottes. Lasst euch nichts anderes einreden, denn es ist offenbart. Wir können Gott und seinen Worten vertrauen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt das Video, abonniert gerne den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis im Heiligen Geist, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König Israels, der Richter der Welt, der Erlöser der Menschheit und Sohn des lebendigen Gottes, unser Herr Jesus Christus. Amen und Gott segne euch in seinem heiligen Namen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.